Boah, ich kann immer aufnehmen Guck dir, der sieht auch golden aus F*** dich Wenn ich schon mal VIP spielen kann Dann nehm ich es auch Oh, sie haben einen Spanner, ne ich geh in die Base zurück Oh mein Gott Boah, Alter, dauert das lange Mach ich, oder? Ich nife sonst nie Hallo Alter, das hat so ne Range ne? Das Ding ist richtig overpowered. Okay, ich nehm den Eder, Digger. Bin dabei. Jungs. Was hast du da bitteschön? Das sieht ja aus wie, keine Ahnung. Ich bin Hulk, Alter. Ich glaube, David hat ne Entzündung an den Händen. David hat ne Entzündung an den Händen. Zwei Wasser. Zwei Wasser. Lass dir von hinten aber nicht vorgehen. Da geht man. Da geht man. David raus. Ich hätte jetzt gern... Alter, wir alle auf einen. Wasser, Leute. Lass uns auf Wasser, man. Alle auf einen. Hat jemand von euch was gewonnen? Ja. Ich hab nur 5 Capsels, man. Ich hab an Erfahrung gewonnen. Und? Ja, die von der Dandy hab ich nicht bekommen, man. Flösslich. Ich auch. Es fehlt doch alles, es hört man. Es ist weg. Junge, was die für ne Rage haben. Die Affen, ey. Boi, Junge. Auf ne Rampe neifen niemals. Was ist mit der Form, ey? WTF? Marcel, der kriegt dich da mit. Toll, der hat sich immer zugeschlagen. Ja. Er hat nach hinten ausgeholt. Irgendwie die B-Nahre stößt. Alter. Alter, Jungs. Was denn? Ich kann kaum die Arme heben. Ich kann so nicht aimen, Alter. Ah. Einfach drauf. Einfach blenden. Ich hab's genalten. Ja, ich hab's genalten. Ach du Scheiße. Mit ist es vier. Ich geh, ich glaube, da raus, Alter. Rennt einfach. Gut geblockt. Geh freiwillig zurück. Einer ist Basel. Mann, die Slashen und Längen, die Scheiße. Kat, Ägypter. Der verfisst sich da in... David, Alter. Soll größte V-Meier sein. Komm her. Komm, mach was. Alter. Junge. Junge. Ich hab' keinen Bock da drauf. Och, Digga, das ist unnötig. Mach keinen Bock. Ich spiel' doch keinen Knife. Hi, Leute. Super. Fair. Okay. Jetzt einfach Slashen. Wir haben Keres, du kannst doch nicht links Slashen. Ich hab Kukri, wirb ich bin schneller. Aber Keres hat eine lösere Range. Kannste halt ein Keres, er geht immer vor. Nö, nicht will. Natürlich. Keres Range ist der Bug. Aber nicht länger wie Kukri. Doch, auch länger als Kukri. Low. Der hat Low, der Low. Nee, gar nicht. Wie lang? Von Staff Sergeant bis Silberpuppers außer Nightwretch. Gaube, komm mal zurück. Zero Mode, nichts anderes gespielt. Problem. Das ist mal hier drauf. Wegen dem Head Slash. Ja, und das hat eine ziemliche Range. Wie Druck krieg's Slash. Toll, okay, komm dann nicht drauf. Der ist hier irgendwo. Boah. Toll. Am Grundhärten ist immer noch Schaufel. Ja, Schaufel ist auch unmöglich manchmal. Ich brauche aber dann auch keine. Der Schaufel leckt halt aber Spanner ist genauso scheiße. Er holt aus und mit einem Frame hat er auf einmal geschlagen, ganz ehrlich. Spanner ist das größte Gainer, ey. Und wer das spielt Ja, die Gegner hatten 3 mal Spanner und 2 mal 4. Kann über gar nix heulen, ey. Als Spanner raus kam, ich schon mit meinen Cache und so, und so, ne. hat mich minimal abgefuckt und deswegen habe ich auch aufgehört Knife Matches zu spielen wegen Spanner Pumpe Ne, die ganzen Low-Ranks mit China-Note an Ja, Low-Ranks und halt wie gesagt auch gay Chinesen Weil beim Knifen, Giraffen ja nix und aus Hedgehog-Modern die sich weitestgehend verpissen Wenn hier rauskommt, hätte ich einen 5er gegen Beast Ich bin dabei Form ist verboten Ja, wir sind 6 da Ne, ihr seid 5 Ja, wir sind 6 da Ja, wir müssen da machen Ja, wir müssen da machen 88 du wechsel Ja, du kannst ja nur die erste am Anfang Ja, deswegen Genau, wie lange hat Low Der Low, der Low, der Low Der Low, der Low Der Low, der Low, der Low Der Low, der Low, der Low Der Low, der Low Der Low, der Low Der Low Der Low Hast du Hast du ein Kukri? Ja, natürlich Kukri Aber egal, ne? Ja, das hat mich seit 13 Der Low 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 don wie lange manchmal Ja, da müsst ihr nur sagen, wann ihr in die Halbzeit joinet. Na warte, wir sagen Bescheid. In der letzten Runde müsst ihr schon direkt Bescheid sagen, wenn ihr halt in die Halbzeit... Es ist 3, die sind zerraten. Äh, 9 Runden, ne? Das echt Headshot-Oni überhaupt nicht spielen. Ah, 20 Water-Oni. 2 hier. Auf Headschiene bleiben wir uns slashen. Rennreihe freiwillig rein. Was? Renn, 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 renn. Jetzt sind wir im OK-Menü. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Connection. Engel, wir führen, glaube ich, 6-3. Lass mal locker. Wenn euch jetzt so weit überrennen... Pfff. Glaubst du? Okay, wirpisch, erwischt ihr alle 5 mit 1 mal. Da geht ihr beiden mal B und ich guck einfach mal A auf die Damen geht. Ich bin gar nicht auf meinem Bridge rum. Egal. Ach, alles klar, da bist. Einer Water. Geht vielleicht B hoch? Zwei sind Alarm. Die... Oh, alle vier Alarm. Ja, einer Bridge. Einer Bridge. Ja, ja, flipp das. Warte, warte. Warte, 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 warte. Eins, zwei kurz im Hintergrund. Ey, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, gib mal neu. Die guck mal, sag das Lär. War echt ein Tech- dann machen muss aber jeden tag machen deswegen muss ich erst mal machen geht es nicht digger da sind wir doch verkommelt ja Ja, Junge, wir haben Zeit. Ja, Junge, wir haben Zeit. Lass hin, schnell. Der gibt Brücke. Ja, Junge. Das hat mich gesehen, oder? Ja, okay. Hier ist es einfach an, Mann. Drück, was geht's? Sie! Erzengel Ja, klar. Der mit seinen Millionen von GPM. Milliarden. Ah, ich glaub, ob er die Hand trifft werden. Einer, Water. Ah, lang, einer. Holger! Ah, hinter mir, ganz sicher auch. Moin. Oh, der hat auch nicht gefeiert. Oh, der hat auch nicht gefeiert. Oh, Mann, die sind... David, jetzt ist schnell, ich sage, ich bin geschlüsselt. Hast du was gezogen? Ähm, ne. David? Ne. 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 Oder jagt ihn einfach von Spot runter, und dann einfach wie ich einfach die Füße. Geht bestimmt auch bei den Tippen. Alter. Ach, nee. Huck, Rewip. Hat besser Range. 88 ist er fehlgezogen im Leben. Oh, Mann. Lass dich mal da oben drauf, bitte. Weil dann kann ich die doch oben abkämpfen sein, mal. Danke. Hey. 2 B. Äh, 2 B. Ja, lass mich bloß nicht sehen hier oben. Oder wenn der andere plantet, dann äh, lass ihn plant, David. Ja? 3 auf B, wir kommen Richtung mir da. Ja, hübschen. Mädels. Hallo. Mann. Wie ist dein Kaffee? No, Niki. Du sagst, Niki. Tag. Ich weiß nicht. David? Ja. Wir sind wieder viel zu aktiv und safe. Lass uns wieder Rocket League reinpacken. Ja, komm. Spielen wir da ne Runde. Wir sind wieder viel zu aktiv. Das geht's ja gerade nicht. Geht's nicht wirklich, Marcel? Maufen. Wir haben die Members. Wir müssen ja die Members halt hier. Hä, nee, wie wärs mit CSGO, Alter? Das wär doch mal alleine zuieren. Du kannst ja alleine spielen. Du kannst ja nicht die CSGO einfach verbrennen würdest. So das denn? Ich hab schon wieder verkauft. Ich hab schon wieder verkauft den Track. A, A. Ich hab schon wieder verkauft den Track. Ich hab schon wieder verkauft den Track. Säb ich einfach dem hinterher? Auf Headhöhe. was trägt den spiel ja kommt zu dritt auf mich und ich trete ich weg der ist so weit entfernt das ist Spaß hä? der hat gelackt irgendwie oder? ich gehe gehe ich gehe alter wir haben ja erstmal 3 gegen 5 ey das ist nicht mehr normal jetzt 6 oder? jetzt 6 oder? ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe